Ich dachte, ich habe die Langeweite, aber nein. Oh, jetzt haut er auch noch raus hier. Alter, scheiße. Will ich haben. Geht natürlich nicht so. Nein. Ja. War klar. Hau hin. Ah. Ja. Ach, scheißen Dreck, fuck you. Ah. Mann. Boah, wie hat man so ein Spiel früher gespielt? Da saß man doch zehn Jahre dran, bis man das irgendwie geschafft hat hier lang. Ach, unlang will ich. Ich will Treffer von dem Typen kriegen, genau. Mann, ich will die Treppe nicht hochgehen, Simon. Was soll das? Treppe hochgehen? Nee, echt gut. Aber jetzt, jetzt, ja, jetzt hoch. Jetzt hat er eine Bumerangs raus. Genau, 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 genau. Und jetzt gehe. Einfach gehen. Ganz einfaches, simples gehen. Und dich haben wir auch kaputt. So, jetzt kommt die Arschstelle. Alter. Da trifft dich doch jeder Scheiß. Hier trifft dich doch echt jeder verdammte Scheiß. Oh Gott. Save State. Nochmal Save State. Hau hin. Save State. Ich will die Stelle jetzt schon perfekt machen hier. Das kann man nicht anders akzeptieren. Äh, äh. Und, hups. Hups, juhu. Und, hups. Hups. Oh, oh. Jetzt geh einfach. Geh einfach, genau. Oh, hoch. Geh, 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 geh. Genau, geht doch. Ach. Also, wenn du diese ganze Stelle hier nochmal, äh, ohne Treffer schaffst, wäre ich dir sehr verbunden. Ah, gut. Bisher machst du das. Mh. Ich hab nichts gesagt. Ich hab echt nichts gesagt. Der Sprung wird nichts. Ich warte. Werft der Messer wird dann Axt? Spring. Ja, wie fies. Was soll das? Geh hoch, genau. Scheiße, deine Taunter. Log dich. Geh. Hau hin. Zweimal. Log dich. Geh. Hau hin, bis er stirbt. Genau. Lass ihn sterben. Hier war nichts. Ich vermisse das irgendwie. Ah. Das gibt's doch nicht hier. So ein Kack. So ein Kack. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Den kann man eigentlich gut ausweichen. Indem man jetzt springt und jetzt springt. Und reinhaut. Einfach reinhaut. Äh, äh, äh. Äh. Die Stelle kann ich, ähm, die Stelle kann ich schon wieder vergessen. Aber so richtig. Kreuz, geh her. Äh. Ja. Ah, das ist, das ist einfach. Das ist gut. Das ist einfach. Das ist gut. Das ist die Metallpeitsche von Simon. Kaufen Sie heute. Ähm. Wenn Sie heute kaufen, kriegen Sie ein Kreuz gratis dazu. Schnell sein und hauen und werfen und hauen, 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 ducken, werfen. Alter. Ja. Lecker mio. Haha, es läuft. Das ist der einzige Treffer, den ich hier kriegen sollte. Spring, spring. Hauen. Hau die Sau aus dem. Dam, 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 dam. Safe State. Also ich hab was vor. Ich will nur ein Leben verlieren und dann da oben nochmal ein Safe State machen. Bei der Kackstelle. Das heißt, die Kackstelle mit den Medusas und den Äxten und den Rittern und den, ähm, Medusas und mit den Rittern, mit Schildern und Helmen, die nach hinten gehen und Äxte werfen nach oben und unten und wo immer hin. Da würde ich gern noch einen kleinen Safe State machen, weil ich dir ein klein wenig unfair finde, die Stille. Aber nur ein wenig. Und ich hab so etwa gar keinen Plan, wie man das schaffen soll. Deswegen würde ich sehr oben gerne ein Safe State machen, mit voller Energie und zwei Leben. Das heißt, ein Leben weniger als jetzt. Ähm. Ja, das flickert hier doch alles so. Ich seh nix. Egal, das soll mir egal sein. Das soll mir echt egal sein. Ich hau ihn jetzt einfach tot. Ich hau dich tot, hab ich gesagt. Und dann tue ich das auch. Garantiert. Was ich sage, wird gemacht und passiert. Nix anderes. Okay. Wenn ich sterbe, mach ich Safe State. Ganz einfach. Nee. Eben nicht. Da oben mach ich Safe State. Mit voller Energie. Das heißt, ich kann's jetzt eigentlich vergessen, aber ich geb einfach nicht auf. Ja. Hau rauf. So. Teil. Kreuz. Routine. Wir stellen uns auf diese Treppe. Auf diese Treppe. Und gehen auf diese Treppe. Auf die fast oberste. Und hauen einfach rauf. Und ein Herz. Gehen weiter. Oder springen weiter. Ja, Husa. Tun uns hier ein Hähnchen und Gutes. Und wir kommen zur Kackstelle. Aber einfach erstmal gehen. Einfach gehen. Oh, jo. Noch ein Ritter. Zwei Ritter. Leckt mich. Verdammte. Ach ja. Aufpassen. Kein Treffer kriegen. Okay. Ich hab die billige Peitsche. Deswegen muss ich aufpassen. Oh, danke. Das kann ich mit dem Hähnchen da oben wieder auffüllen. So, jetzt muss perfekt sein. Und Treffer machen und hoch. Auf die. Hau rauf. Danke. Genau. Und von dem muss ich kein Treffer kriegen. Ähm. Ich hab noch nicht die volle Peitsche. Fällt mir grad auf. Aber egal. Ich mach jetzt ein Safe State. Und zwar genau jetzt. Habe ich gemacht. Okay. Oh, es geht einigermaßen bisher. Ja, wenigstens in die richtige Richtung gefallen. Wenigstens in die falsche Richtung gefallen. Ja! Geh! Renn! Ich bin unsichtbar. Ähm. Sag nicht, dass jetzt ein Boss kommt. Äh, ähm. Langere Peitsche wär nicht schlecht. Wie weit kann ich zurückgehen? So weit. Okay. Ähm. Okay. Kein Boss. Oh, doch. Ein Boss. Geh durch. Nein. Oh. Mein. Gott. Geh durch. Geh durch.